Hallo, hallo. Die Kirche werden wir in den Kirchen, der Rebbe in die Kirche, die Kirche ist in der Kirche und die Kirche ist die Kirche und das Kirche ist in der Kirche, wenn wir den Regen bewegen. Denn wir haben eine Kirche, nicht wie wir eine Kirche machen können, sondern die Kirche muss man machen. In der Kirche Kirche von 25.00 Uhr bis 15.00 Uhr Ich stehe dich in der Teure der Zache Adereibishtrauege Schoern Ademisbringe noch am Abel Adereibishtrauege Zugt Aderegeta Ois Adsezana Kaches Adsezana Adsezana Zman Adsezana Zugt 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 der alte Rebbe hält doch wie die Schittes, aber man darf nicht machen die Bruche. Der Pfarr ist der Rebbe, der Rebbe, die Zahraanlegen, in dem Ingen, in dem Haluche Ingen, als in die Firma, sich hier befeiert, als wir in der Kirche des HaKes, als wir machen die Bruche. Und in Kamerbrief ist der Rebbe, schreibt für Menschen privat, als sieben, für die alte Rebbe, das ist in Sider nicht daran gestellt, weil der alte Rebbe, das ist nur daran gestellt, Sachen, wo sie gewöhnen, er gehe in Sahn, Gegend, in Sahn, Dina, in dort, wie der alte Rebbe gewöhnt, ist es nicht gewöhnt, als er hat sich bewiesen, der Pfarr hat das der alte Rebbe nicht hereingestellt. Jetzt gehen wir weiter zum Pisschen. So, der Rebbe, einer von den Märzchen, ist er Balabatam. Im Märzchen, in dem Stutz von Baal Shem Tov, ist einer von den Balabatam, hat gehad am Achloik, ist mit noch ein Balabus. Zwei Menschen sind gekriegt, in Sahn, die Gamul, bei dem Balashem Tov in Schil, wenn er gewesen ist, wenn er gewesen ist, in dem Balashem Tov, in dem Basmedrisch, hat er geschrieben, der, der Balabus, hat geschrieben zum Anderen, als er wollte, Sambar Plikte, Kei Raya, Kei Dagsan, er wollte zerrissen wie ein Fisch, Sambar Plikte, dem, mit wem er kriegt sich. Der Balashem Tov war geheißen, der Talmidem, geben eine der Anderen, der Hand, in sich stellen, Leben nehmen, mit Ziegenmacht Eugen. Der Balashem Tov hat darauf gelegt, seine Heilige Hand, auf der Achsel von der Zwei Talmidem, welches er eine gestandene Leben hat. Plitzling, um den Talmidem, um den Schreien, für den großen Schreck, sie haben gesehen, wie der Balabus, ist Kei Raya, Kei Dag, Sambar Plikte. Pusht hat gesehen, in, 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 mit den Vermachter Augen, um sei gesehen, nach Ziyur, wie der, was hat geschrieben, der Balabus, hat Pusht zerrissen, jene Beboel, Mama, schon, zerrissen wie ein Fisch. In seinem Schreien, verpacht. Sogt jetzt der Ebbe, tut es bewaast, klur. Von dem seht man es auch, klur, als für jeder Koyach, ist verhan, ein Poel-Dubber. Als Sache, was ist nur bei Koyach, ist in dem auch du, ein Poel-Dubber. Oder in alle Wisch-Chimri, amul, kimmt das, in alle Wisch-Chimri, attacke physisch, kimmt das, aus der Sache. Oder er rochne, amul, bleibt der Ingen, rochne ist dick. Wo es mit keinem unnämmen, nur mit höcheren, eideleren Gefühlen. Als Sache, wo es bleibt, in Ruchni, kein physischer Mensch, wie ihn, sehen wir das nicht. Als jener hat geschrien, nur bei Dibber, als er wollte, am Keraya gedacht sein, ich will dir zerassen, wie ein Fisch, ist der Dibber, ist ein Poel, etwas. Das hat nicht Poel, wie er physisch, als er zerrissen, aber, er rochne ist dick, hat er zerrissen. In der Baal Shemtov, als er hat aufgehoben, in seinen Talmidem, zu der Darge, wie er ist, oder Al-Kepunem, zu der höchere Darge, als er geht, ein bisschen Eidelkeit, der rausgekrochen, von der Physischkeit, von seiner Gif, haben wir es gekannt, sehen. Was kommen wir, wenn ich pushen, an so ein Wort, ist doch, ein Mörder, die ist so, das ist, an wie weit, man darf sich, hitten, man hat sich nicht, wenn er darüber, ausreich, aus der Schule, aber viele Machschufe, von, ein Machschufe, nicht die Gitte, ein Machschufe, eine Sache, was man hat, bei der Machschufe, bringt, in der Lift, ein Poel, Mames, die Gemezias, a viele, ins Kemmer, es nicht, viele, noch sehen. Seidu, sehr interessant, in, Sikes, Tufchen, Huftes, bei Enef, in der Sides, ist, jene Juden, bis, Tufchen, Lama, und Alef, wenn, der, Friedige, Rebez, Rebez, noch, geliebt, pflegt, der Rebbe, Prawan, Sides, Jante, beim Frieden, Rebens, Stieb, und dort hat man gegessen, da, sache, interessante Sachen, gewöhnen, beim Mieschach, die Juren, der Rebbe, keinmal nicht gesitzt, auf dem Frieden, Rebens Platz, der Rebbe, auf dem selben Platz, wie er gesitzt, in Becha, auf dem Frieden, Reben, in der Aschag, ist auch dort gesitzt, und sie gewöhnen, die Ältere, sieht nach, sie, dass er nicht gewöhnen, in der Mose, in der Mose, in der Buch, am Gata, als sich ist, sie, sich mit Statter, an. Also, der Rebbe, keinmal nicht, gerät, für sich allein, wie man gesehen, der Tag, das Erbittel, mit wo ist der Rebbe, dort gesitzt, so viele Juren, noch dieses Tag, ist für den Frieden, Reben. Aber, er hat geimpft, auf Schalas, man gefragt, Schalas hat er geimpft, und versteht sich, nur einzelne Menschen, mit dem gefragt, Schalas, wie bald man gewollt, hören für Reben, pflegt man, als Meures, an dem Rashaak, dem Rebens ältere Schwurger, also er soll, fragen, dem Reben, Schalas, es ist so, ich du als Sach, Rechimes, von Schalas, von Schalas, wo es der Rashaak, hat gefragt, Schalas, in der Rebbe, geimpft, du als Sach, hat man solche, gewinnt, als Sach, Informatio, bis Chisoy, ist du ein, innen, Sikkes, Tuf, Scherch, auf das, wo es der Rashaak, gefragt, für Reben, wegen dem, innen, von Jontaf, Scheine, Shal, Gulias, also in Schalas, das steht, als des Sibaf, wo es ist, Jontaf, Scheine, Shal, Gulias, weil der Ure, wo sie schaunt, der Eures, wo es kimmt, darup in Jontaf, ist, in Erzesloh, kimmt das alles in Eintug, in Chitzloh, nicht kann Keile, in Eintug, zum Akkabelshand, die alle Eures, aber meine, darf man nur um zwei, Teg, Oibazoi, fragt der Rashaale, wieso, ich kann sagen, wo ist das Loch, also, bei einer ist da, ein Teulachser, der muss halten, nur Eintug, und so, das steht ihm, da, Teulachser, also, er ist, du, jetzt in Chitzloh, das steht ihm, mit dem Muckam, so, ich schütt ihm mit dem, der Muckam, du, in Ischkan Keile, auf der Eures, in Eintug, und also, er will, mit Kabel sein, weil, hier ist in Chitzloh, also, wenn er, also, jetzt, als er, gefühlt sich, du, will er, wenn er, in der Eure, sollte er, wir darfst halten, zwei Tage, wo es hilft, mehr, wenn er, der Lachser, hat er, der Rebbe geämpfert, dass er, der Rebbe geämpfert, bald, als man sieht, beim Muckam, Rebbeine, als der Eure, von der Ziel, ist, gewähnt, beim Dula, Mathe, in der Welt, hat er, als wenn er, ist gegangen, zu Paroi, in Imka, Klippes, oder ein bisschen, wo er, nicht gleich, aber der Rebbe, steht, er geht mit, mit dem, d.h. der höchste, Darges, von Aziles, in Hecher, sind er, mitgegangen, mit Morsche, Rebbeine, in den niedrigsten Platz, heißt, das, als, sie du, als er, am Aziles, als er, in Chitzel, wo der Rebbe, der Rebbe, für den Gehre, dort, in einem Empfer, zum Rashaig, der Rebbe bringt ihm die Rebbe von Igeres Chufzayen, Igeres HaKoyi Dishintani, Sie machen die Schufzayen. Sie tut der wakante Brief, wo sie es zu allem an, als sehr wakant, der alte Rebbe hat geschickt an Igeres Nechumim, ein nicht einmalweilen Brief, wenn der Mendele Hore Doktor ist in der Stalle geworden. Und er schreibt, als die wakante Sache, was man sucht, wenn der Zaddiqa Jude ist Pater, ist Takech, bei Kili Alman, Yatir mi Bachayoi, als der Zaddiq gefind sich auf der Welt, noch die Stalkes, in einer gewissen Öfen, noch Yatir mi Bachayoi, mehr wie wenn er gelebt. Und der alte Rebbe fragt, Meiler, bei Kili Alman, in der obersten Welt, gefind er sich mehr wie früher. Nun, versteht man, aber du in der Welt, hättest dich weigegangen von der Welt. Die Welt hättest dich, in der Welt, in der Welt, ist das Masber Bariches, also, wie bald hat nicht der Gwul, das Mingif, und du, die größere, die Spur von dem Zaddiq, und man kann sich mit dem verbinden, ist dort, auf dem, bringt der Alte Rebbe Aluschen, in der Mitte, in dem Zimmer, bringt der Alte Rebbe Aluschen, und der Alte Rebbe Aluschen, und der Alte Rebbe Aluschen, und der Alte Rebbe Aluschen, Auch wenn der Einferd von Zmaraschag erwähnt, wie bald die Datoi lag, der Rebbe hat den Wort auch, in der Nachschaffung der Lüden nicht. Der Rebbe sagte, dass der Azilis von unserer Welt, der Gneiden von unserer Welt, ist eine Sache weiter wie Eretz Yisrael in Chitzlorez. Ob der Gneiden keine sind, ob Azilis keine sind, die Eretz Yisrael auch sind. Das ist ein Mensch, wenn der Gneiden von Zmaraschag ist, ist er im Gneiden mit Eretz Yisrael, liegt er in Eretz Yisrael. Keiner hat den Gneiden in Eretz Yisrael in Eretz Yisrael. Das ist die Wende, im Rebbe und Semper. Auch wenn der Gneiden von Zmaraschag ist, sieht man, der starken Spur, die er hat, in jeder Maschur in der Masse, wo ein Mensch steht. In Beikir hat er viele Maschur, er ist er so powerfull, und in jeder Maschur in der Maschur Vielen Dank.